so wunderschönen guten morgen heute das erste mal von draußen so wir ernten gleich wieder ab so ich glaube ich so dann werden wir mal verkaufen was heißt denn das hier eigentlich so okay dann gehen wir das jetzt schnell einsammeln so die da sind auch zum ernten so bin ich unsicher sind die oben leicht auch schon zum ernten na toll die frage ist wie lange schon warte 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 mein inventar ist ja schon wieder voll so so haben wir irgendwas normales 28 stück rein damit ich muss meine same noch raus geben und zwar die kommen rein und die kommen rein die brauche ich jetzt nämlich nicht mehr anpflanzen sonst habe ich eh keine samen bei ok wo ist denn meine gießkanne hier amale Zack, okay, dann ist hier, können wir eigentlich gleich wieder auffüllen, hier die Avocados. So, zack, zack, es geht sich genau aus und die haben nicht Platz, okay, so, dann muss ich nochmal hochverkaufen, warte, die Blätter können wir rausgeben, das können wir rausgeben, das die heben wir auf. Okay, dann haben wir hier ganz viel Müll rein damit. So, dann können wir nämlich hier unten weitermachen. Ich hoffe, das geht sich jetzt mit meiner Gießkanne aus. So, das war falsch. So, zack, 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 zack. Oh, kein Wasser übrig, okay, warte, 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 hier komme ich nicht drüber. Verdammt. So, zack, zack, zack. Und hier noch. Sehr schön. Die haben wir fertig. Was haben wir rein? Ähm, die zwei am besten, dann kriegen wir die raus. Und hier würde ich gerne die Pazifischen Austern, warte mal, eine tue ich rein. So, so. Dann haben wir alles hier rein. Hier haben wir auch noch einiges, zack. Wie sieht es aus eigentlich, sind hier? Kann man verkaufen, oder? Oder brauche ich hier zwei? Okay, ich lasse beide drinnen, egal. So, dann, zack. Alter, was, wir schon Müll haben. Dann muss ich allen verarbeiten anfangen, mal. Okay. So. Die können wir heute auch alle weggeben. Dann holen wir uns das und das. Und wir fangen hier oben an, am besten. Ich muss auf jeden Fall schauen, was ich brauche, für die, dass ich die, 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 die Scheunen und das upgraden kann. Weil die müssen ja Stufe zwei sein, damit ich überhaupt mal stiegen und das alles reinbekomme. Was sich nicht ganz versteht, aus kann ich die umsiedeln, aber ich habe unten nur vier Platz. Bewegen. Aber da habe ich nur vier Platz. Sind auch noch vier. Ne, dann warten wir mit dem noch. Da muss ich schauen, was ich brauche. Und dann, dann werden wir, werden wir das einfach upgraden und erst dann zu unseren Tieren kommen. Hilft vorher eh nix. So. So. Ei. Ich muss nämlich unten alles komplett umstellen. Also prinzipiell der komplette Hof gehört jetzt wieder umgeräumt. Und ich weiß eh noch nicht, ob mir das so, wie ich es jetzt habe, gefällt. Mal schauen. So. So. Dann lassen wir die raus. Hammer. Nicht mehr Platz. So. Gewisse Sachen behalte ich auf jeden Fall. Die silbernen können wir auch behalten, so wie die Silbereier. Ja. Und der Rest ist eh drin, das passt. So. Dann gehen wir schnell zu. Hoppala. Hier rein. Zu unseren Schafen. Aha. Heute sind wieder alle. Achso. Wir haben die nur rausgelassen, gell. Und sind dann gleich runter. Oder? Ah. Ins Meer. So. Sehr gut. So. Hier noch. Sack. Okay. Aber ich glaube, da brauche ich überall Faser für. Kann das möglich sein? Da ist eh nichts drinnen. Die nehmen wir mit. Achso. Inventar ist nicht frei. So. Das kommt auf jeden Fall rein. Ja. Das. Das ist noch Arbeit. Achso. Habe ich jetzt schon eingesammelt. Schon wieder voll. Okay. Ich habe so viel Faser hier gebraucht für den Zaun. Das können wir noch rausgeben. Da wissen wir Bescheid. Das heißt, das können wir unten reinschmeißen. So. Die Sachen sind wieder zum Verschenken. Da wissen wir alles Bescheid. Acht Faser habe ich noch. Weil ich brauche nämlich. Hier. Siehste. Brauche ich auch rein Faser. Und ich habe mir da so viel gemacht. Und ich weiß nicht, wie ich zu Faser kommen soll. So. Warte. Unten haben wir noch. Ähm. Sehe ich das irgendwie, dass hier Tiere drin sind? Durch das oder wie? So. Warte. Unsere Enten. Natürlich. Ja. Heute ist ja schon der 28. 20. Wir haben dann gleich Frühlingsbeginn. Falsche Ente. So. Jetzt. Das heißt, ich muss das eh irgendwie schaffen, dass ich da alles noch verschiebe und wegräume. so. Und hier. So. Weil hier sowas nicht drauf. Das heißt für mich so viel wie. Ja. So. Das heißt im Endeffekt die Kakaobohnen. Kakao. Die kann ich. Ich mache die einfach weg. Weißt du was? Die kommen jetzt weg. Ich muss umstellen. Kriege ich den nicht weg? Hä? Muss ich da so oft drauf hauen? Nee. Das kann es nicht sein. Doch. Dann kriege ich ein Holz von. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Dann hätte ich es eigentlich gar nicht gießen brauchen. Da habe ich jetzt gar nichts rausbekommen. Die brauchen aber schon lang. Okay. Was haben wir denn hier dabei? Da haben wir jetzt noch einen Stall. Okay. Okay. Was ist da im Weg? Warum kann ich das nicht aufstellen? Kann ich das nicht irgendwie, dass das an dem liegt? Ich weiß es nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal weg. So. Das ist halt ein Ende im Weg. Das liegt am Gras. So. Warte. Weg damit. Ich möchte mir hier eventuell gerne einen Weg durch machen. Und zwar. Warte. Wir haben ja in der Herstellung Dekoration. was würden da am besten. Ein Heuboden? Nee. Oder? Holz. Schrott. Nee. Wir nehmen den hier. Warte. So. Warte. So. Das wir hier so durchmarschieren. Oder nur ein Zweier. Zweier reicht ja auch, oder? Und dann hier so dran. Da geht es nicht. Ich nehme es einmal hier durch. So. So. Irgendwie. So. Warte. 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 Dann nehmen wir das hier weg. Das kommt weg. Und er hat zwei erreicht. Zwei erreicht. Ja. Auf jeden Fall. So. Das Problem ist halt jetzt. Eines frei. Das heißt, ich wäre hier. Und irgendwas stört da. Das wird bestimmt die Truhe sein, gell? So. Warte. Dann gehen wir schnell. Das Ganze hier oben reinhauen. Ähm. Die heben wir auf. Das kommt raus. Das kommt raus. Die kommen raus. Das kommt raus. Ähm. Die Birnen kommen unten rein. Da haben wir nix. 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 Obwohl die Kieselbodenplatten hätten wir auch. Aber mir gefallen die viel mehr wie die. Aber wir könnten es ja mal probieren, wie die ausschauen. Warte. Warte. Achso. Steinpfad hätten wir auch. Das wäre dann sowas. Wäre eventuell auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. muss ich auch noch ernten was wir haben schon wieder so spät sehr schön und dann hier die noch das ist der kiesel würde aber auch irgendwie gut aussehen so rein damit normalen können wir verkaufen die habe ich jetzt vergessen weißt du warst du es weg damals weg ja hier gehört noch raus okay gut so warte sei vergessen wegen der truhe zum schauen aber ich kann ja eine herstellen wo ist die truhe drinnen allgemein nehmen die ich stelle die jetzt hier ab so was ist das So, dann, also, eins, so. Und dann haben wir die Sachen noch und dann kann ich die ja im Grunde wegtun und dann schauen, ob es sich jetzt ausgeht. Ja. So, das wäre dann die Höhe, das müsste passen. Scheune, dann haben wir hier noch eine Scheune. Kann ich das noch zurücknehmen? Nein, ich wollte hier doch. Egal, warte, warte, warte. Das heißt, hier muss auf jeden Fall auch einiges. Okay, das geht sich hier nicht aus. Hier muss auf jeden Fall einiges schwinden. So. So. Ne, soll es nach oben gehen? So, das gehört im Endeffekt dann eh alles weg. Aber würde ich... Alle in einer Reihe, würde es sicher nicht ausgehen, wahrscheinlich. Ich habe drei Gebäude. Das dürfte sich aber ausgehen. Nee, dann, ich möchte aber gerne hier unten... Aber die werden sich eh alle so ein bisschen ausbreiten. So. Achso, mein Inventar ist voll. Kriege ich noch irgendwas raus? Die hier, das hier. Okay. Und weißt du, was ich mich auch frage? Ob ich, wenn ich hier dann so Gras setzen könnte, das wäre ja viel schöner, ob ich da dann... Ähm, Dings drauf pflanzen kann. Habe ich so irgendein... Nee, Grassamen habe ich nicht mal, gell? Nee. Das gehört auf jeden Fall ausprobiert. So, ich kriege da jetzt wahrscheinlich noch nicht unter. Nee. Und das kann ich alles nicht abbrechen. Den habe ich auch befüllt. Ich doofkopf. So, dann warte. Genau, das kommt da rein. Hier haben wir... Steinbarock da haben wir da dazu rein. Was haben wir noch? Sonst haben wir gar nichts. Aber hier können wir... Da haben wir die zwei auch da rein. Da hätte ich sogar so welche noch. So. Kann ich die nicht irgendwie abbrechen? Anscheinend nicht. Okay, weißt du was? Wo haben wir heute eigentlich das Fest? Hier oben. Neujahrsfest. Am 19 Uhr. Okay, weißt du was? Wir bräuchten ja noch ein Tier. Wir laufen jetzt unten schnell so rum. Und vielleicht, wenn wir es dann beendet haben, vielleicht, dass wir das dann noch schnell hier aufstellen. So. Hier ist nichts. Hier ist wieder nur der. Den nehmen wir aber mit. So. Da ist auch nichts. Ich würde das eine Tier würde ich noch mal brauchen. Halleluja. Und ich kriege es nicht. Das heißt, ich muss jetzt wieder warten. Bis in den Herbst. Also hier ist, ja. Nee, ist nichts da. Okay. So, 19 Uhr ist. Oh, jetzt ist das offen. Oder war das vorher jetzt schon offen? Ich weiß es nicht. So, Broschüre. Was haben wir denn? Glücksrad, lass den Ballon nicht fallen. Geheimgeschenk. Geheimgeschenk. Hoppala. Geheimgeschenk. Ist noch nicht bereit. Was ist mit ihm hier? Sind Sie sicher, dass Sie das Hauptevent starten möchten? Es ist noch... Es ist noch Zeit, lustige Spiele auszuprobieren. Achso. Kann ich hier... Oh. Kann ich das noch einmal machen? Tadam. So. Okay, dann muss ich noch oben. Okay. Das ist ein Shop. Alles reduziert. Grillteller. Oh. Minigame. Spielanleitung. Drücke die linke Maustaste, um die Ballons in der Luft zu halten, um zu verhindern, dass sie auf dem Boden landen. Ja. Du kannst dich nicht unten... nach unten stürzen. Du kannst dich nach unten stürzen, indem du Shift und die linke Maustaste drückst. Du kannst nur langsam wieder aufsteigen. Also verwende diese Funktion mit Bedacht. Die blauen Ballons gehören dir, die restlichen gehören dem anderen Spieler. Jedes Mal, wenn du einen Ballon triffst, wird er in einen Ballon des anderen Spielers umgewandelt. Spieler verlieren ein Leben, wenn einer ihrer Ballons auf dem Boden landet. Halte die Augen offen und sorge dafür, dass die Ballons des anderen Spielers auf dem Boden landen. Verdiene mehr Punkte, indem du dein Leben bewahrst und dafür sorgst, dass der andere Spieler seine Beine verliert. Okay, probieren wir mal. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Das ist direkt ein Turnier! Die blauen gehören mir, gell? Das wird schief, das ist nicht gegangen. So. Nein! Nein! Boah, das war jetzt knapp. Okay, nichts, da. so Oh, da wäre noch einer gewesen. Achso, na, das wäre ihrer. Oh. So, warte. Fertig. Das heißt, gegen Ava muss ich jetzt spielen. Oha, okay. Das ist irgendwie lustig. So, warte, wir fangen wieder hier an. Oh. Oh. Oh, die ist gut. Die ist gut. Oh, das hat jetzt Ava gewonnen. Okay. Das heißt, zwei Platz haben wir gemacht. So, das heißt, wir fangen jetzt mit der Hauptattraktion an. Das ist eh noch nicht bereit. So, ja. Ah, wie schön. Okay, ich brauche gar nichts mehr machen, weil es ist eh schon, ja, es ist schon zu spät. Schade, okay, gut. Dann sage ich, danke schön, gute Nacht und wir sehen uns morgen im neuen Jahr wieder. Also, ingame im neuen Jahr. Gute Nacht.